weg damit weg damit ist auch ein digger aber mehr schaden es kann weg ja glaube ich dir nicht die kann definitiv weg das kann weg was er uns da und das ist ganz reisen von mir aus jetzt noch mal geöffnet dann machen wir 23 das war ja bist du ja auch stimmt ja ja ich bin selber 23 aber für dich lohnt es ist wirklich noch ein level darauf kommt uns lohnt sich das eigentlich gar nicht da irgendwas zu machen das kann weg mal schauen die immer noch besser komischerweise ich bin noch mehr schaden aber geil dass wir noch so viele schlüsse haben ja wie in den ganzen jahr voll übertrieben ja auch nicht gut aus obwohl mir das besser gefällt das hat eine kapazität so ok 4.000 schaden raketen also muss ich gleich noch mal ein bisschen das kann wieder dauern sagt jetzt spät ausgetauscht oder schlüssel gut hast du da so schön dass du öffnest die männer ok also das ist besser und das noch das behalte ich dann verkaufen macht das und raketen wird nur noch 3 ist egal hatten wir schauen sagen immer mehr schaden das andere ist nur noch nur noch zusätzlich die kann weg kann weg die 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 kann weg als paul das was dann bist du müde gerade schon wieder eine stunde aufgenommen hallo stell dir nicht so an stell dir nicht an stell du nicht mal nicht so an halt die fris schieb den grünen arsch hier hin du bist doch behindert echt schieb den sirenenarsch schieb den sirenenarsch hier hin schien minekraft maurin bandit entflammt du hast grad skinänderung wutprobe an die wutprobleme äh ja mach ich gerade ich guck gerade was ich schon von mir auf können wir dann nicht äh ich guck gerade mal so swag hart das sieht ganz gut aus so in grün haben wir ein bisschen bisschen anpassen gleich ähm komm den hornissen skinnertest du auch ja hatte ich auch ich weiß naja hatte ich den auch aber ne warum soll ich warum soll ich kannst die tentakel nicht nur einzeln ausschalten indem du den kritischen haaren trisst an er in dem ach man m so ich doch mal 6 minuten da ist schon krank was ist schon krank wie lange wir schon wieder aufgehen und das schlimme ist es ist eigentlich noch mehr viel du zockst sowieso instint und dann naja oder das ah nein hallo anscheinend müsste hier die brücke entlang also das kann wie gesagt nicht mehr lange dauern jetzt kommen wir so an jack jack imitat und dann muss dann immer dann ähnchen soll das beschäftigen ich hab kein bock ciao das ist einzig ehrlich der kackste ja finde die audio aufzeichen eine habe ich nämlich schon gefunden ach das ist uninteressant kommen wir laufen durch ja ja wir laufen durch ich schon mal auf stelle ich schon auf ein fettes gemetzel ein nach also wie immer ja aber es wird jetzt richtig fett die dinger so nerven mit beförderung und du stirbst ja da habe ich dir hinter dir sie mal sterben und schon der nächste ja das ist ein sporn ein ding ja jolo so und jetzt einfach nur laufen wobei kommt wir müssen hier runter ja ich weiß was ich kann brennen hallo wir gehen jetzt einfach gleich schön drauf ja siehst du wir gucken dass ich den ingenieur kriege ja schaffst du noch was auf face mein face mein face mein face mein kannst du konnie kann nicht was kannste wieder nicht fehl ich konnte das nicht habe ich doch bei mir natürlich da alle dinge noch für dich hast die kriegst du auch das ist ja nicht das problem wenn die ganz vor mir sind dann bleibe ich einfach nur so mit dem headshot und dann ist ruhe wir müssen nach oben weißt du nicht weil ich schon dass du ja ja warum falsch ja jetzt ich bin nur nach oben gegangen aber nicht ich kann die arbeit erst los mit euch jetzt geht es wieder hinunter hallo ich mach jetzt einfach nur YOLO 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 das machst du schon die ganze Zeit hier kommen wir nicht rein ey wo ist das denn in the middle of the point ooooh in the middle of the point ich bin gerade auf den Kopf die ganze Zeit rumgelaufen nach der Stelle konnte ich nicht machen in the middle of the point ooooh da müssen wir hin siehst du es siehst du es siehst du es ich bin mal auf den Kopf wo du achst aber wir kriegen überraschung ja das machst du schon sendes oder und tot ich bin mal auf den ich bin mal auf den ich bin mal auf den nerv nicht nerv nicht ich habe Angst dass irgendwas fettes kommt ja ja ok ich hätte aber sowas von recht dass irgendwas fettes kam ja cool ja wir sind war da kommt alter ja geil nein lad doch einfach nicht nach gib mir einfach eine andere tschüss tschüss in der middle of the night in der middle of the night in der middle da hast du die Stimmproben auf Angel hoch das machen wir doch auf Angel hochladen hmm hmmm und Angel reinladen ja ja so okay das machen wir mit den waffen da kannst du einfach nur durchlatschen ne wenn alleine müssen so keine schlüssel einsetzt da kannst du knicken du musst ordentlich schon leveln und alle quests vorher gemacht haben ja das aber noch nicht so viel ja das aber noch nicht so viel ja